Okay, also jetzt ein Lied. Ich schätze mal, das kennt der ein oder andere. Und vielleicht hat der ein oder andere auch so gar nicht aufgewartet. Wir haben heute nach dem Soundcheck schon festgestellt, dass der ein oder andere die Seed schon mal gehört hat. Wer kennt das auch der ein oder andere aus Funk und TV? Genau. Und Arte. Und aus den 60ern. Und von Arte. Und von Arte. Ja. Und von 9 Live. Und 9 Live soll auch sein. Aber 9 Live finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Arte hat doch schon mehr Stil, ne? 9 Live beutet die ganzen Leute, die nicht Rentner sind, aber schon... Da wird er gleich mal das Mikro abgestellt. Da stellt er mir das Mikro ab. Du bist doch bei 9 Live, oder? Ne, aber... 9 Live beutet ja die Leute aus, die jetzt schon, sag ich mal, übers rechten Alter hinweg sind. Was kann ich dazu sagen? Vielleicht sollten wir auf der Stelle... Hey, wir müssen alle... Nein? Nein? Sollen wir uns schreiten? Was? Sollen wir uns schreiten? Ähm... Was soll's? Ähm... Ja, ähm... Einfach, ähm... Mehr Kinder kriegen. Mehr Kinder, die weiterziehen. Mehr Kinder! Hätten neue Eltern mehr Kinder bekommen, werden heute mehr Leute hier. Hell yeah! Nächstes Song heißt... Rattatana doch. Yeahh! Yeahh! Oh man, das... Der ist schon mal in sich. Das ist schon ein Schatz an den. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.